Ja, wir sind hier mit Tim Pütz und wir wollen eine Runde Entweder-Oder-Spielen. Tim, Tag oder Nacht? Tag. Sommer oder Winter? Sommer. French Open oder Wimbledon? Wimbledon. TV oder Kino? Kino. Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Wollen Slam-Titel oder Nummer 1? Slam-Titel. Strand oder Berge? Strand. Instagram oder Facebook? Oh, weder noch. Aufschlag oder Return? Return. WhatsApp oder E-Mail? WhatsApp. Fensterplatz oder Gangplatz? Fenster. Roger Federer oder Rafael Nadal? Roger. Pool oder Meer? Meer. Reis oder Nudeln? Reis. Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Kleinstadt oder Metropole? Kleinstadt. Buch oder iPad? Hoch. Sandplatz oder Rasen? Rasen. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Vielen Dank, Tim. Ger�ima. kidding.